Was geht ab Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2 im Multiplayer natürlich. Yo Leute, wird mal wieder Zeit ein bisschen abzugehen, ich hoffe doch. Ist jetzt ein kleines Weitchen her, als das letzte Video gekommen ist und auch meine letzte... Ja, mein letztes Mal gezockt. Ihr wisst ja, ich zocke ja Titanfall wirklich nur, wenn ich aufnehme. Und das war in der letzten Zeit nicht der Fall, deswegen... Mal gucken. Mal gucken Leute, mal gucken. Und wie immer natürlich, wenn ihr Bock habt, auf weitere Videos zu Titanfall 2. Wisst ihr, was zu tun ist, vergesst das Video nicht zu bewerten. Und jetzt gucken wir mal, wo die sind. Hier kommt glaube ich einer gleich hoch. Werfen wir mal eine Granate da rüber. Ist da gerade an mir einer vorbeigejob... Wow, 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 den haben ich gut gegeben gerade. Fuck! Ach Leute, ey. Ich habe mich natürlich lurcht, aber sie sind nicht eingezockt. Ach Gott, ey. Naja, egal. Ich war ja schon immer der beste Spieler der Welt in dem Spiel. MLG-Liga wurde nach mir benannt. Ey, der hätte mich haben müssen eigentlich, oder? Was meint ihr, Leute? Double Kill nebenbei, ohne Scheiß. Ich schwöre es euch, ich habe echt in letzter Zeit die letzten zwei Wochen nicht gezockt. Ich schwöre es. Ich schwöre, Alter, bei meiner wahren Ehrenmann-Ehre. Der Pilot hatte keine Chance. Der Pilot war außer der drüben. Ich schwöre, Alter. Ich bin ein Ehrenmann! Ach, scheiße. Oh! Boah! Das war so geil gewesen! Da wollte ich zu viel, Junge. Habe ich direkt dicke Eier bekommen nach meinem Double Kill gerade eben. und wollte direkt reinjumpen. Oh, von hinten, von vorne. Ach, Mist. Heilt doch das Maul, Junge. Was habe ich denn nochmal für L1? Was ist das nochmal für eine Fähigkeit? Ich weiß nicht mal mehr, was ich für eine Fähigkeit ausgewählt habe. Kommt der da? Kommt der? Kommt der? Wow! Ja, was soll ich denn noch machen für einen Titan, Alter? Wie viele Leute ich schon weggeballert habe, wa? Nehmen wir mal ein paar Bots mit. Scheiß noch drauf. Wenn man es höre ich gerade. Links, 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 links. Kommt einer. Da kommt einer. Der wird wahrscheinlich jetzt denken, dass ich gecampt habe, aber wenn ich den höre, ist es halt nur dumm, da loszuladen zu lernen in dem Moment. Und rein hier. Stehe ich? 40 Punkte? Naja, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also lass uns nochmal ein bisschen rasieren hier. dumme Sau, Alter. Kleine dumme Sau. Das ist klar. Ah! Ah! Direkt wieder raus! Scheiße, was geht hier ab? Kawabunga, Junge! Oh nein! Der eine wurde gerade in dem Moment gerufen. Oh cool, man kann hier chillen. Man kann hier chillen. Oh mein Gott, Leute. Zieht euch das rein, bitte. Tja, was ist jetzt schlau, Leute? Was ist jetzt schlau? Was ist jetzt schlau? Was könnte man machen, Alter? Die sind mit 30 Titans-Gefühl dort am Start. Der ist mit dem Falschen in den Ring gestiegen. So, sieht's aus, Schwester. Oh, Alter. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein scheiß Mensch oder so. Kawabunga! Was soll das werden, Kollege? Wo war der? Da kam doch gerade ein Laser gegen meinen... Tja, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Oh, Scheiße. Jo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, Alter! Wahrscheinlich! Es kann doch... Es ist doch schon wieder ein schlechter Witz, Leute. Es ist doch wieder ein schlechter Witz. Es ist doch wieder ein schlechter Witz. Von allen Seiten, mein Team kriegt wieder nix auf die Reihe. Was ein Scheiß-Team wieder. Jetzt ist die Frage, ja. Jetzt ist die Frage... Was machen wir jetzt? Nein! Komm, der Typ noch mal gucken. Hör auf, Scheppi! Hör doch auf, Scheppi! Hör auf, Junge! Ich hab dich immer gefeiert! Scheppi ist ein geiler Film, ja. Kann man sich definitiv mal geben. Nein! Das ist so geil! Guck mal, wie der... Das ist so nice! Nice! Friss das, Junge! Komm, ich lieber nicht so nahe! Schau nach oben! Scheiße! Scheiße, Leute! Ich bin mit Abstand der Beste der Lobby! Ich schwör's euch, ich hab die letzten zwei Wochen einfach nicht eine Sekunde gezockt! Nicht eine einzige Sekunde! Wie schlecht sind die? Oder wie fucking gut bin ich? Wir liegen nur knapp in Führung! Erhöhen wir das Tempo! Obwohl... Warte, ich kann's selbst beantworten! Wir befinden uns gerade in einem YouTube-Video! Die Gegner sind schlecht! Ich bin scheiße! Ich bin auch scheiße! Aber die Gegner sind noch beschissener! Ah, komm doch reingeleutscht! Ah, fuck! Scheiße, der Typ ist entkommen, ey! So ein Wurstenkopf! Er kriegt nichts mit! Da hast du's, Junge! Du scheißen Riggaschloch! Den nehm ich noch mit! Aber das kann er doch nicht! Scheiße! Was soll ich dazu sagen, Leute? 90 Kills! Besser der Lobby! Mit Abstand sogar! Ich hab mein Bestes gegeben mal wieder! Ich hab mein Bestes gegeben, Leute! Der wurde gut zerpetzt! Der wurde echt gut zerpetzt! Komm, das schaffst du, Junge! Und tot! Renn, Johnny, renn! Oh, ist schlecht geschwungen! Oder? Oh! Er hat's gepackt! Er hat's tatsächlich noch geschafft! Entkommendes Schiff? Ja, ich glaub schon! Wir machen nicht genug Schaden! Oder? Oder? Sehr schön! Jungs! Immerhin habt ihr das geschafft! Abzuhauen! Ich mein, der gute EXO Ich mein, der gute EXO 1,1,7 Mit 25 Punkten Ja... Was soll man dazu sagen? Er war halt dabei! Er war anwesend! Er ist... Er ist da gewesen! Wie so ne Katze! Weißt du? Die Max... Das merkst du auch nicht so wirklich! Ob die Katze da ist oder nicht! Die liegt halt irgendwo! Schält sich einen ab! Ist am Start! Aber... Ja... Ich war dann eher wie ein bissiger... Petulio Nein, Spaß! Aber war ne gute Runde, denk ich! War ne gute Runde! Jetzt muss ich mir tatsächlich nochmal angucken, was ich da für ne Fisch... Ich... Ich weiß es echt nicht mehr! Wahrscheinlich schneller laufen, ne? Und schnellere Heilung, ja! Okay! Cool! Coolio! Und hier sind nur Beschissene... Ja, das geht ja noch! So, warte mal! Habe ich in meinem Titan überhaupt einen nuklearen Ausstieg? Ja, ja, ja! Was habe ich denn da noch jetzt gerade freigespielt? Was ist denn das hier? Achso... So, warte mal! Warte, 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 warte! Was... Warte mal! Boost! Das wollte ich mal gucken... Was das Geschütz kostet! Wo ist denn das Geschütz? Hier! Titan Abwehrgeschütz! Und... ... ... ... Ach hier, das ist Pilotenabwehrgeschütz! 125 Punkte kostet das! Na gut! Na ja! Gut! Egal! Das war's dann! Würde ich sagen! An dieser Stelle! Sollt ihr den Bock haben auf eine weitere Folge! Unterstützt das Ganze! Ja! Sollt ihr kein Problem sein! Wenn ihr Bock habt, checkt auch gerne meine Social Media Seiten! Ich habe alles in der Videobeschreibung verlinkt! Und ich danke erstmal fürs Zusehen! Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen! Wir hören uns! Hau rein! Und tschüss! Das war's! Das war's!